Wir können weder richtig Deutsch noch richtig Französisch. Und du, Molls, alt, sind wir gewäßt, die Herr gesagt, und der Kalamierin ist einfach wieder platt. Mit seinem kabarettistischen Blick auf die Geschichte der Kulturautonomie sorgt der Möringer Remo Andres für Heiterkeit im Saal und beweist, die Mundart ist lebendig. Und wenn die will, einfach lüttisch aufschaffen wollen, und in Öpendorf alles regeln wollen, wäre jetzt der Bischof. Dass die Mundart noch gepflegt wird, bestätigt auch die Untersuchung der Universität Lüttich. Insgesamt 1700 Rückmeldungen haben die Sprachwissenschaftler auf den Aufruf der DG hinbekommen. Aus den beantworteten Fragebögen erstellen die Wissenschaftler Landkarten für den kleinen Dialektatlas. Dass wir da so viele erreicht haben und so viele mitgemacht haben, das ist schon eine kleine Überraschung gewesen, ein tolles Ergebnis. Ich habe die Karte gezeigt, wo also zu sehen ist, wo überall noch mehrheitlich die Informanten gesagt haben, wir sprechen jeden Tag platt. Das ist im Süden der DG fast überall so gewesen. Überraschend waren aber auch die Reaktionen aus dem Norden. So wurden aus Kelmes über 70 beantwortete Fragebögen eingesandt. Und auch in Lonsen wird das Platt noch gepflegt. Nicht nur von Mundartdichtern wie Jean Schonbrot. Doch Pieper in Lonsen, in Eupen heißt der Piefer, in der Eifel Rocher. Die Dialektunterschiede zwischen Nord und Süd sind deutlich. Wir haben Karten, da ist das Fenn ganz klar eine Grenze, weil es eben eine Kontaktgrenze ist, ein Kontakthindernis. Heutzutage natürlich nicht mehr unbedingt, aber früher war es schwierig, da miteinander zu kommunizieren. Und dann sehen wir wirklich ganz klar, es gibt ein Nordgebiet im Eupener Land und ein Südgebiet in der Eifel. Wir haben aber auch andere Karten, da gehen die Nordgebiete, da geht das Nordgebiet weiter runter bis noch südlich unter das Fenn. Da werden noch die Gemeinden Büllingen-Bütchenbach, sind da noch mit einbegriffen. In Amel verändert sich dann schon die Mundart. Hubert Jartes gibt mit seinen Erinnerungen eines Nachkriegsjungen eine Kostprobe. Wie bunt und vielfältig die ostbelgischen Mundarten sind, zeigen die Wortschatzkarten im kleinen Dialektatlas, der noch im Aufbau ist. 40 Begriffe wurden bereits erfasst, mit zum Teil ganz verschiedenen Varianten. Zum Beispiel ist das so beim Löwenzahn gewesen, da hatten wir über 30 verschiedene Begriffe. Beim Tannenzapfen war das dasselbe oder auch beim Apfelrest. Und das betrifft häufig Gegenstände, die halt Alltagsgegenstände sind, die auch nur Teil einer familiären Kommunikation sind, über die man eben überregional nicht besonders großartig redet. Und aus diesem Grund können sich dann die dialektalen Begriffe etwas besser halten, als wenn es etwas ist, wo vielleicht ein Einfluss aus der Standardsprache größer ist. Die Untersuchung zur ostbelgischen Mundart verspricht noch viele Erkenntnisse. Bislang haben die Sprachwissenschaftler nur einen Bruchteil ihres Materials ausgewertet. Stoff gibt es jedenfalls noch genug, nicht nur auf der Bühne. Auch wenn es da düster ist an das Innenleben des Parlaments, dass es das Ängste ist, was die NDE wirklich, die Sprach ja nun nicht, das haben wir gesehen, was die alle zusammen haben, die Öpner, die Eveler, alle, was aus, aus, also aus, nee, was aus, seit kurzer Zeit verbindt, wir haben alle zusammen das neue Parallelement bezahlt. Applaus 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 Applaus